Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esserland unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei Toys, die wir uns über polierte Haustierglücksbringer erkaufen können und zwar will ich euch die jetzt mal kurz zeigen bzw. erstmal über die polierten Haustierglücksbringer sprechen. Diese erhaltet ihr durch verschiedene Wege. Zum einen könnt ihr sie über Missionen erspielen, die wir ja hier über den Missionstisch in BFA machen können und dementsprechend auch noch über Pet Battle Haustier World Quests und diese ganzen schicken Dinger sind auch schon wie die alten Haustierglücksbringer Battle.net Account gebunden bzw. Blizzard Account gebunden und ihr könnt dementsprechend diese World Quests und Missionen auf verschiedenen Charts machen und diese Marken dann auf einen Chart schicken, um die schneller farmen zu können. So eine kleine Randnotiz, natürlich kann man für die polierten Haustierglücksbringer nicht nur hier Toys kaufen, sondern auch Pets und diese Pets sind auch, weil es sehr sehr viele gibt und man diese Marken nicht so schnell farmen kann, relativ gut was im Auktionshaus wert. Also man kann sie in Käfige packen und dann ins Auktionshaus stellen und dementsprechend könnte man darüber auch relativ viel Gold machen, bevor ihr jetzt vielleicht alles in Toys investiert, nur das an Rande erwähnt. Wo kann man jetzt unsere schicken Toys kaufen? Und zwar sind wir jetzt erstmal hier bei der Allianz bei einer Händlerin, die uns die beiden Toys einmal verkauft und zwar hier die winzige mechanische Maus und einmal die eingebildete Kanone. Beide kosten zusammen 750 Marken, das ist relativ viel. Hier die Maus 500, die Kanone 250, ein Pad kostet hier, wie ihr seht, 75, 50, 250. Also die Dinger sind schon ziemlich teuer im Verhältnis. Jetzt zeige ich euch erstmal, wo sich die Händlerin befindet, beziehungsweise dann auch gleich noch bei der Horde. Bei der Allianz haben wir die Händlerin einmal hier unten im Sturmsangental und zwar hier unten bei den Koordinaten 31,67, also hier in dem Hütchen. Ich gehe jetzt auch einmal raus, dass ihr das seht. Hier haben wir den Flugpunkt und vom Flugpunkt einfach gerade rüber in das Haus hier rein und dort haben wir direkt am Bett die Händlerin. Wenn ihr das Ganze bei der Horde kaufen wollt, dann switchen wir kurz auf meinem Zweit-Account und zwar habe ich hier meinen Druid in Daza-Aloa, da müsst ihr sogar gar nicht mal so weit fliegen. Da haben wir hier unten bei den Koordinaten 56,32, das ist die fast unterste Etage hier von dem Ganzen, eine Händlerin und zwar hier dieses kleine Trollkiddy und das verkauft uns auch die beiden Toys und natürlich auch noch mal hier einige Pads. Ich gehe jetzt auch noch hier mal einmal vor die Tür, dass ihr euch ja so ein bisschen umschauen könnt und ihr erahnen könnt, wo wir sind. Also ihr seht schon, hier ganz oben ist quasi die Spitze und das ist hier eigentlich so die unterste Etage. Hier könnte man jetzt noch in die Pampa runtergehen, aber da wird es schon uninteressant. Also sprich, hier haben wir auch dann dementsprechend schon die Händlerin. Die hat, glaube ich, auch ein paar Pads, die man nur bei der Horde kaufen kann. Manche meinen, man kann hier mit der Allianz auch irgendwie herkommen und hier mit ihr interagieren und die Pads kaufen. Ich habe das nicht getestet, ich habe auch einen Hordenschart, deswegen habe ich die Problematik nicht. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr ja auch euch so um die Pads geht, ob man hier auch als Hordler quasi herkommt. Gut, soviel dazu. Jetzt haben wir die zwei Händler gezeigt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal die Toys an. Jetzt kaufen wir beide. Ich habe mir nämlich jetzt meine Marken zusammengespart hier. Vom Munde abgespart habe ich es mir, nachdem ich mir auch alle Pads gekauft habe. Und ich würde sagen, die lernen wir jetzt mal und gucken uns mal an, was die schicken Dinge so machen. Hier haben wir unsere kleine Maus. Setzt eine kleine Robomaus ab, die eure Haustier 30 Sekunden lang jagt. Achso, warte mal. Jetzt muss ich erstmal am besten ein Haustier rausholen. Warte mal, ich packe jetzt mal den XT raus. XT. Weil der macht immer recht lustige Geräusche. So, XT ist draußen. Jetzt kommt die Robomaus. So, Robomaus ist da. Jetzt. Okay. Also die interagieren auf jeden Fall miteinander. Also jagen sieht für mich anders aus, ja. Aber zumindest flitzt die Maus wie so ein Gestörter rum. Und der XT läuft da auch rum. Aber irgendwie... Achso, das Haustier jagt die Robomaus so rum. Ach, okay. Nein, jagen kann. Okay, also das Haustier jagt quasi hier die Robomaus. Okay, interessant. Wenn ich jetzt was anderes rauspacke, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, hier so ein Skorpion, macht der dann auch was? Oh, jetzt ist die Robomaus weg. Oh, okay. Ja gut. Also die kleine Maus sieht man kaum, weil die echt winzig ist. Aber wenigstens flitzt das Haustier dann ein bisschen rum. Vielleicht für den einen oder anderen ganz nett, die Geschichte. So, jetzt packen wir mal die Kanone noch aus. Wo haben wir sie denn? Hier. Eingebildete Kanone. Schießt mit einer eingebildeten Kanone auf eure Haustier, wodurch es für 10 Sekunden lang totstellt. Okay, also jetzt schauen wir mal. Ich packe den XT nochmal aus. Ich will mal sehen, wie der XT sich totstellt. XT ist nämlich mal quasi mein Lieblingspad, muss ich sagen, was funktional sehr, sehr stark im Haustierkampf ist. Zumindest von Maen. So, jetzt ist natürlich die Kanone jetzt nicht mehr hier angezeigt. Kanone. Wo haben wir die? Wir brauchen die richtige eingebildete Kanone. So. Okay, also beim XT ist es cool. Also ich habe jetzt irgendwie keine Kanone gesehen, aber der XT fällt auf jeden Fall auseinander. Ich frage mich, ob die jetzt wegen dem Toy bei wirklich jedem Haustier eine Todesanimation, obwohl es hat eh jedes Haustier eine Todesanimation, weil im Pet Battle sterben die auch. Okay, nevermind. So, jetzt testen wir noch ein zweites Haustier. Das hat zwar 20 Minuten Abklingzeit, aber auf dem Char hier habe ich natürlich keine Abklingzeit. Kanone. Hier haben wir es. Und jetzt packen wir hier mal irgendein anderes Haustier aus. Moment, was haben wir denn? Was will ich denn sterben lassen? Meine ganzen, die ich noch verkaufen will. Jetzt schauen wir mal irgendwo random eins raus. Schlange. Ne, eine Schlange stirbt nicht lustig. Ich brauche irgendwas Lustiges. Was ist denn das hier? Eine Bombe. Ah, wir machen eine Bombe. Schauen wir mal, wie die Bombe... Wahrscheinlich geht die Bombe einfach in die Luft, kann ich mir vorstellen. So, jetzt drücke ich meine Kanone. Was sind die? Also ich sehe hier keine Kanone. Okay, die Bombe fällt einfach um. Ja gut, das war jetzt nicht so spektakulär. Ich habe mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Okay, das ist das zweite Toy. Im Endeffekt beide jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Ganz nett vielleicht für den einen oder anderen Petsammler, der seine Pets ein bisschen animieren möchte. Mir geht es eher um den Sammelaspekt. Ich bin jetzt mittlerweile... Warte, das machen wir hier mal nicht gesammelt rein. Mittlerweile fehlen mir jetzt nicht mehr viele. Insgesamt sind es... 1, 2, 3... Ne, warte mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen was noch ausgeblendet, oder? Promotion habe ich ausgeblendet im Moment. Das sind ja die, die du quasi nur extern bekommst. Halt, das sind so Sachen, die du auf irgendwelchen Special Events gekriegt hast, die man leider ingame nicht erspielen kann. Deswegen habe ich die mal ausgeblendet. Aber sonst fehlen mir nicht mehr viel. Irgendwie, ich glaube, drei sind es außen. Genau, drei aus dem Winterrauchfest. Und diese komische Sphäre aus Nordend, für die muss ich jetzt bis Weihnachten quasi warten. Vielleicht ist es, wenn das Video rauskommt, Weihnachten schon rum. Wer weiß. Ich habe noch einige Toy Guides in der Pipeline. Und quasi, ja, die Sphäre, da bin ich... Naja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre da dran. Aber irgendwann werde ich mich da mal vielleicht durchringen, bis hin Nordend zu farmen. Aber die Toy Farmer, die quasi sich da schon mal rangewagt haben, die wissen, dass das eine ätzendere Angelegenheit ist. Ich glaube, den Schad des Zorns abzufarmen ist da noch angenehm gegen. Gut, das war es dann mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.